Falls du keines mehr verpassen willst und du dem Team kreativ beitreten willst, dann klick auf Abonnieren und vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren. Und falls du mehr solche Videos willst, dann gib gerne ein Like da. Und falls ihr gegrüßt werden wollt, irgendetwas sagen wollt oder irgendwelche Kriterien habt, dann schreibt einfach nur einen Kommentar. Vergiss nicht, meinem Discord selber beizutreten. Jeder ist willkommen. Und ja, dann wünsche ich euch noch viel Spaß mit dem Video. Oh nein, nein, Hilfe, Hilfe, los, raus hier, raus hier. Hallo Leute, ich bin's jeder, euer Pace und willkommen zu einer neuen Folge Roblox. Wir spielen diesmal Spectre, also es ist ein Horrorspiel, wieder einmal. Und ja, für die, für die, die schwache Nähe aufnahmen. Bitte schaut ihr das Video nicht. Hallo? Die Tür ist verschlossen. Hallo? Oh, okay, ich hab ja, die Lächte sind alle automatisch. Okay, was muss ich machen? Franz. Leute? Oh, oh, ich glaub ich geh raus hier, ich geh, ich hab, nein, 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 nein. Nein, 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 ich mach nichts. Ich hätte besser nicht den Scary Mode aufnahmen. Oh, das Licht ist auf. Ich will nicht noch mal rein. Schon gar nicht in dieser Dunkelheit. Hallo? Das sind meine Schritte, oder? Du hast so eine Mordsangst. Ich bin alleine, Leute. Ich hab solche, ist so eine Mordsangst. Ich glaub, das ist nur noch mal zu groß für mich. Nein. Ja, raus hier, raus hier, raus hier. Raus hier, raus hier. Hier, weg hier, ich will weg hier. Okay, nehmen wir dann hier. Ich nehm' dann das hier. Ich kann nur, ich kann die Geister. Fragen, okay. So, ich hab' das hier. Ah, wir müssen. Kommt ihr mit? Und wart' auf mich. Okay, das ist ja. Ja, auf jeden Fall. Okay, ich sollte ja. Dirty Water in the Sink. Zum Beispiel. Da ist es mal. Da ist es. Da ist es. Ah, ja. Da ist es. Da ist es. Da ist es. Da ist es. Zum Beispiel. Leute, ich hab' ein... Ich hab' gerade eine Mordsangst. Ich fühl' mich jetzt ein bisschen besser mit den anderen, ne? Okay, was... Was muss ich? Zum Beispiel. What is your name? Was soll ich so antworten? Was macht ihr das Licht an? Da, mach' So. Jetzt geht's hier. Jetzt geht's hier. Ach so, ich hab' hier. Ich hab' hier, 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 ich hab' hier. Was soll denn die sind mit ihr, ich hab' hier? Mach' sie lang. Ach so. So. Bis zum초 75 Prozent. Okay. Komm. Zo. Es gibt christinaams. Da wird's nicht. Sind sie? Nur für ihre Berichte von. odelt sich fort―lich so. So. Ah hier. Spiritbox. Schauu... Das ist an all-time Arial. Aah, okay. Oh, nein. Hilfe. Hilfe, Hilfe. Los, raus. ist tot ist tot hinein ist tot was haben das jetzt gerade ich habe schon verstanden ich habe schon verstanden spirit box ok bisher haben wir nur ich habe schon verstanden mein freund okay ich gehe schon mal nein ich will nicht nein wieso hast du das gemacht nein dankeschön auch k k k k k k k Ja, das war es. Da, 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 da. Hallo? gott ich habe was gesehen ich habe angst hier machen wir schnell ist lichter schon wieder so ich gehe weg von hier ich bin weg okay okay ich werde mal den geist fragen nein ich bin gestorben also ich bin jetzt ich bin jetzt selbst ein geist okay drückt drauf ja okay leute das war's mit spektra danke fürs zusehen und falls euch das wird gefallen hat sie könnte gerne daumen nach oben sein lassen das würde mich sehr freuen und dann sag ich dir einmal tschüss und auf wiedersehen